Aber wir haben weiter die Kassen, das heißt unsere Kassen sind den ganzen Tag über besetzt, das ist schon mal gut, an beiden Tagen und du wirst, ähm, ich weiß noch nicht, Sicherheit oder Marketing. Lara, was hast du denn für einen, warte mal, Lara muss ich mir nochmal angucken. Lara, 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 wo bist du? Ja, nicht zugeordnet, äh, Lara. Uh, Lara. Das ist natürlich jetzt hier, ja, fangen wir erstmal mit dir an, Monsieur Marketing Profi. Äh, wo haben wir denn Marketing, wo haben wir Marketing denn schon? Nur Montagmorgen, okay, dann machst du bitte, ähm, den Dienstagmorgen Marketing. Ist doch eigentlich, äh, ne, nein, nein, nicht so. Ne, so ist es auch falsch. So ist richtig. Äh, Lin, du machst Kasse, glaube ich, warst du, ne? Genau. Du kannst schnieke Kasse machen. Ähm, 1, 2, 3, 4, Pause, 1, 2, 3, 4. Äh, die Kasse ist, das ist sehr wichtig, weil ab jetzt haben wir, ich weiß, dass wir noch einen Kassierer haben, in dieser Auswahl hier, mit Elisa, genau, mit dir. Ähm, das ist sehr wichtig, dann haben wir nämlich die Kasse immer besetzt, bis auf, wenn meine Mitarbeiter Pause haben. Ähm, und das ist wichtig für, äh, das Entfernen und Neuplatzieren von diesem einem Objekt. So, Lara, was machst du? Wie sieht Sicherheit denn aus? Da war, glaube ich, nur einer, ne? Die war jetzt in der Sicherheit. Und dann machst du die Sicherheit. Und zwar an diesen Tagen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, mhm, wen hätte ich gerne als Geschäftsführung? Dich nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Hans war, glaube ich, gut, ne? Hm. Hans war nicht verkehrt. Hm. Nikolai würde ich aber, glaube ich, noch vorziehen, Tatsache. Ich glaube, der hat mehr Sterne, ne? Und das ist Hans. Und wie sieht das bei Lin aus? Ne, Lin war nicht das, was... Wie wollte ich denn gucken? Lara wollte ich gucken, ne? Äh. Ne, du auf jeden Fall nicht. Hans oder Nikolai? Ich würde sagen, wir probieren es mal mit ihm, weil er vorher da war. Okay, für 38 macht das auf jeden Fall nicht. Das ist doof. Aber wir machen es einfach nochmal. Äh, machen wir direkt für... Für... 40? Okay, für 40 macht das. Das ist gut. Machen wir. Da werde ich auch nicht zu gierig. Machen wir einfach. Ist gut. Ja, fortsetzen. So. Mal kurz die E-Mails checken, die ich hier habe. Die hast du doch schon bekommen, oder nicht? Ne, die hat er schon bekommen, ganz sicher. Sonst soll er doch kündigen. Ähm. Jetzt mal gucken, was für einen Umsatz der Laden macht. Ich erwarte alles. Ja, zur Stadt gehen, bitte. Bitte. Der macht auf jeden Fall gut. Plus, die Prozente sind gut. Aber minus 45.000 sind noch ein bisschen hoch, ja? Bin ich jetzt ehrlich. Das ist ein bisschen... Bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, warum die Ausgaben so krass hoch sind noch. Ähm. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn wir werden im nächsten King of Future streamen, dann nach der ganzen Pause, dann in Ruhe, uns um diesen Laden kümmern. Ähm. So, dass der auch wieder Plus macht. Das sollte ja bei den Zahlen kein Problem sein, weil die erwarteten Ausgaben werden ja definitiv weniger werden. Oder wisst ihr was? Wir machen noch eine Runde. Einen Tag spielen wir jetzt noch. In unserem neuen Laden. Weil wir noch Zeit haben. Dann machen wir eine kleine Pause. Ähm. Und dann spielen wir U-Socket-Packl. Das ist die richtige Variation. Ich hatte fast gedacht, dass du jetzt davor läufst. Aber er läuft nur davor. Und das ist mir egal. Soll er doch davor laufen. Soll er doch davor laufen. Soll er, soll, 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 kommt halt... Oh, oh, nein! Zurück. Ja, genau. Soll er doch davor laufen. Das ist mir egal. Kannst du bitte einmal auffüllen. Das machen. Das ist zwar nicht deine Standardaufgabe, aber... Jetzt haben wir Ware im Laden, die ich hier ausgepackt habe. Oh mein Gott. Ich bin fertig mit dem Entladen ihrer... Ja, das weiß ich, dass du fertig bist. Das habe ich schon gesehen. Ich bin schon am Auspacken. Ja, ich bin schon am Auspacken. Ich danke, dass du damit fertig geworden bist. Das ist sehr nett und... ...sicherlich auch sehr freundlich. Ja, das weiß ich, dass du alles entladen hast. Ich will zumindest nur sagen. Dann fahren wir jetzt mal nur so einen aus. Lagervoll? Lagervoll. Lassen wir ihn auch aus dem Laden wieder raus. Ja, so nett sind wir dann doch mal. So, hier ist gerade niemand. Das ist auch okay. Leute, ich weiß, es ist blöd, aber ich muss hier... Ab und zu muss ich die auch wieder wegnehmen hier. Damit meine Leute sich hier weiter bewegen können. Auch wenn es dezent nervig ist. Ich gebe es zu. Auch Jildu auch. Nur um dann in eine andere Richtung zu gehen. Ja, ich komme. Ja. Ja, hier in diesem Laden wird es an manchen Tagen genauso sein wie jetzt. Dass wir halt einfach hier das so ein bisschen wegnehmen müssen. Und dass wir halt gucken müssen. Vielleicht kann man das irgendwie... Hoppala, jetzt war ich aus dem Spiel rausgetappt. Vielleicht können wir das irgendwie so umplatzieren, dass es nicht mehr so im Weg ist. Das können wir aber ganz in Ruhe entscheiden, wenn wir dann das nächste Mal in diesen Laden gehen. Ja, Nikolai, ich weiß was, was tust du? Sie sind auch hier zu... Zu allem fähig, ne? Es gibt immer wieder so Phasen, wo hier halt niemand ist. Und dann ist es immer gut. Wie oft will er mir noch sagen, dass die Artikel geliefert sind. So langsam reicht es. Aber ich habe es verstanden. Ja, dann machst du bestimmt auch gleich mit das Pause, oder? Nein, es sieht nicht so aus, als wenn sie Pause macht. Das ist gut. Aber sie macht gleich Feierabend, ne? Minus zwölf, ey! Ich finde, es geht vom Vorlaufen. Also, das ist nicht zu extrem, wie das andere war ja... Mein Gott, war das schlimm. Und sobald wir hier einmal im Fluss sind mit dem Laden, dann erweitere ich das Lager nochmal ein bisschen. Sag mal, Nikolai. Das wird doch verarschen, oder? Also, ich muss gerade meinen Mitarbeitern hier so ein bisschen helfen. Lara ist auch so doof. Aber Lara will auch gar nicht daher. Ist okay, gut. Dann nicht. Ja, das Problem mit dem Lager ist halt, dass wir zu viel verkaufen. Und zu wenig wieder in den Laden reinkommt. Weil sie halt doberweise... Dankeschön. Weil meine Mitarbeiter halt blöderweise da auch vor festhängen. Aber naja, okay. Ich kann es halt jetzt nicht ändern, ne? Solange wir das in so ein Paar sind, akzeptiere ich das einfach. Und wie gesagt, Artikel auffüllen kann ich auch zur Not machen. Solange wie irgendjemand im Lager die Pakete auspackt, ist das eigentlich egal. Muss halt nur irgendjemand die Pakete auspacken. Ja, das ist minimal hier das Problem. Ich meine, guckt euch das an. Das sind jetzt zwei Leute, die hier vorlaufen. Hier werden trotzdem Sachen verkauft. Zum Beispiel der PC hier ist weggegangen. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Und die Tablets hier gehen auch weg wie nichts anderes. Mit anderen Worten, unser Ladenkonzept funktioniert. Wenn auch nicht schön. Aber es funktioniert. Aber es war klar, dass das in diesen Läden hier nicht schön funktioniert. Das wusste ich ja vorher. Aber wir erwarten immerhin keine hohen Aufgaben mehr. Ja. Wenn wir jetzt noch Verkäufer und so hier in diesen Laden bekommen, macht der auf jeden Fall Plus. Ist ja fast unumgänglich hier, so viel wie wir verkaufen. Ich weiß noch nicht, warum da jetzt eben minus 48.000 stand, weil das ist ja eigentlich Quatsch. Weil der Laden... Ich hab ja hier gar nichts mehr gekauft hier in dem Laden. Das ist wahrscheinlich, weil der Laden noch so viel Minus gemacht hat im Schnitt und das Spiel dachte so, na, kommt bestimmt noch was hier. Alles klar. Ich wollte nur meinen Mitarbeiter eigentlich weglassen. Hey, kannst du helfen? Ja, sie lässt sich natürlich auch weg. Alles super. Wir haben das jetzt so unproblematisch wie möglich platziert, denke ich. Wenn ich die Zahlen unten sehe, 50.000, bin ich auch zufrieden. Und das ist alles ohne Personal. Das ist denke ich schon gut. Ein guter Tag gewesen. Gerade hier hinten ist auch viel weggegangen. Die Monitore sind fast alle weg. What the fuck? Ich glaube, ich habe noch nie die Monitorwand so krass leer gesehen. Die können wir auf jeden Fall, weil die geht schnell wieder aufzufüllen. Ja, war doch guter Tag. Ich weiß gar nicht, was wir haben hier. Was haben wir für erwartete Ausgaben? Nix. Ist gut. Dann können wir nämlich einmal ganz entspannt das Mindestlager nachbestellen hier. Müssen wir sowieso machen. Nikolai möchte mehr Geld. Ja, komm. Komm Nikolai, du kannst dir dein Geld irgendwo anders hinstecken. Du verdienst doch schon so viel. Bist du nicht zufrieden oder was? Hier. So. Elf. Danke. Sehr cool. Ja, Leute einstellen auf jeden Fall. Möglichst alle. Guck mal, da haben wir noch eine Verkäuferin. Die ich abgelehnt habe, aus Versehen. Naja, ist okay, kann passieren. Ich wollte dich eigentlich einstellen, aber gut, dann halt nicht. Das war ein Zeichen. Jetzt mal eben gucken. Weil wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. Minus 41.000. Warum Minus 41.000? Warum sind denn die Ausgaben so hoch, die erwarteten? Ich check's nicht. Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, warum die Ausgaben so hoch sind. Wie hoch sind denn die Ausgaben in diesem Arthrox-Toy? Das müsste ja ungefähr gleich sein. Okay. Aber müsste nicht eigentlich der hier, weil wir so viel verkaufen, müsste das nicht höher sein? Ich meine, das ist ja jetzt weniger geworden, definitiv. Ja, damit beschäftigen wir uns dann nach der Sommerpause. Denke ich ganz gut, weil ich glaube, das geht auf jeden Fall, dass wir das wegbekommen und mit dem Laden auch ordentlich Plus machen. Das Spiel muss nur realisieren, ey, ich mach gar nicht so viel Minus. Wenn ich einfach öfter in den Laden reingehe, den mit Mitarbeitern füllen, sollte das alles kein Problem sein. Damit machen wir jetzt auf jeden Fall eine kleine Pause und sehen uns gleich bei YouSucket Parking wieder. Bis gleich. 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 Vielen Dank.